Hi Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist der 1. Dezember, das heißt, es gibt wieder viele digitale Adventskalender. Von, wie soll ich sagen, von irgendwelche Sachen für die Pflege bis hin zu Tech-Sachen. Es gibt viele Adventskalender, ich mache da jedes Jahr immer mit. Manchmal habe ich auch gewonnen. Jetzt will ich euch ein paar Adventskalender auch zeigen, die euch vielleicht interessieren. Achtung, ich mache kurz Bildschirm. Zack, da haben wir es schon. Okay, ich mache es nur ein bisschen kleiner, damit man auch alles sieht. Ich mache es auch kurz, damit man es sieht. Man sieht auch alles, ja, ich glaube schon. Okay, ich tue euch dann wieder die Links alle rein, die ganze Adventskalender. Aber ich rücke jetzt nur ein bisschen rüber, damit man nichts noch sieht. Ja, andere Richtung. Jetzt habe ich drüben. Okay, ich hoffe, man hört mich trotzdem noch gut. Ich tue mein Video ein bisschen lauter. So, okay. In dem ersten Adventskalender, mit dem ich anfangen will, ist GameStar. Gibt es auch meistens immer ganz coole Sachen. Beispiel heute, was war heute drin? Heute war zum Beispiel, ich schaue mal rein. Ein Couchmaster, Zeichen, Mauspad und Tastatur. Also da gibt es immer solche Sets und so weiter. Das sind immer mit, ich glaube, bis zu 24 Türchen. Ja, der ist bis 24 Türchen. Und da könnt ihr halt jedes Mal mal mitmachen. Ihr müsst euch halt da nur einmal per E-Mail-Adresse anmelden. Der zweite Kalender, zu dem ich komme, ist der PlayStation Adventskalender. Da müsst ihr halt PlayStation-Mitglied sein, um Punkte zu sammeln. Und dann könnt ihr da auch mitmachen. Diesmal gibt es sogar am ersten Türchen gleich eine PS5 zu gewinnen. Dann könnt ihr euch dann immer Tickets mitmachen. Dann könnt ihr bei verschiedenen Sachen immer mitmachen. Also zum Beispiel bei einem Quiz mitmachen, um nochmal Punkte zu sammeln. Ich zeige es mal. Bei einer Umfrage teilnehmen, da sammelt ihr auch nochmal Punkte. Beim Quiz, ein Video anschauen. Da könnt ihr halt immer wieder Punkte sammeln. Und dann könnt ihr euch solche Tickets kaufen. Eigentlich auch ganz nice. Und das geht auch bis 24. Der nächste ist ein, wie soll ich sagen. Da gibt es halt immer so Kinderüberraschungen und so ein Zeug und Süßigkeiten. Das ist der Kaufland-Kalender. Da müsst ihr euch auch anmelden. Und da könnt ihr halt dann auch bei jedem Türchen immer mitmachen. Nächste ist der Edeka. Auch Türchen. Ist halt ganz cool. Es gibt so viele digitale Kalender. Die könnt ihr halt aufmachen. Und da könnt ihr halt dann mitmachen und auch Preise gewinnen. Der nächste ist ein Chip.de. Da gibt es Vollversionen meistens. Diesmal ist eine Vollversion vom Fotopaket 3 in 1 drin. Also da könnt ihr halt dann immer jeden Tag Vollversionen. Am 24. gibt es dann meistens auch Steam Keys zu gewinnen. Der nächste Adventskalender ist von Alternate. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Alternate Mitglied sein müsst. Das müsst ihr vielleicht mal testen. Aber ihr seht ja schon die Gewinnspiele. Hier gibt es zum Beispiel eine 4060, die E zu gewinnen. Also da gibt es halt auch Hammerpreise. Immer solche Tech-Sachen meistens. Da sieht man schon was beim zweiten Türchen ist. Wahrscheinlich noch nicht, oder? Ne, kann man nicht aufmachen. Das nächste ist Mind Factory. Da weiß ich auch nicht, ob ihr Mitglied sein müsst. Müsst du mal ausprobieren. Also ich packe eh alle Links rein. Diesmal gab es am ersten, ich schau mal nach. Einen weißen neuen 7950 X3D. Das nächste ist der Netto-Adventskalender. Auch mit 24 Türchen. Gibt es halt auch meistens Sachen von, hier sieht man es ja, Bitburger, Chupa Chups, Dr. Edgar. Was war zum Beispiel heute drin? Sieht man das doch? Ne, leider nicht. Da sieht man ja ein bisschen Weihnachtsbäume, solche Häuser. Und da gibt es halt auch 24 Türchen. Ist auch nicht schlecht. Also ihr könnt halt da überall teilnehmen, wenn ihr euch halt kurz anmeldet. Das ist eigentlich ganz cool. Der nächste ist der 3TN-Adventskalender. Das ist wohl auch mit so, wie soll ich sagen, mit so Sachen von Samsung auch so meistens Tech-Geräte. Was war diesmal am ersten drin? Am ersten war eine Samsung Galaxy Watch 6 Classic drin. Da müsst ihr euch auch nur nochmal anmelden. Der nächste Kalender ist der Inside Digital. Da hat zum Beispiel ein LG OLED gegeben. Da müsst ihr euch auch nur anmelden und dann könnt ihr da auch mitmachen. Der nächste ist der Stiftung Warentest. Das ist auch ein Adventskalender mit 24 Türchen. Auch meistens mit Technik. Ich schaue jetzt mal kurz ins erste Türchen da. Zum Beispiel war eine Apple Watch Series 8 drin. Auch ganz cool. Nächst ist der Elevator. Future of Music. Da war zum Beispiel so ein Dex Saver deiner Wahl. Da können sich wahrscheinlich mehr die Musikleute aus als ich. Das sind wohl auch Sachen für DJ-Zubehör. Und wie ich das sehe, Top-Hörer und Mikros. Da gibt es wohl auch mehrere. Bin ich auch nur zufällig drauf gestoßen. Das nächste ist Allround-PC. Wie der Name schon sagt, wahrscheinlich Technik. Hab ich auch schon mitgemacht. Da muss ich erst zugeben, da bin ich erst zu spät drauf gestoßen. Das ging schon am 24.11 los. Das da ist jetzt das achte Türchen Logitech. Da hat es diesmal so eine Logitech-Tastatur und so ein Headset gegeben. Auch ganz nice. Auch nur anmelden, da müsst ihr nicht Mitglied sein oder sowas. LexWerts-Kalender. Da müsst ihr auch kein Mitglied sein. Da gibt es meistens immer so, wie soll ich sagen, eher so Deko und so weiter. Also diesmal gibt es halt ein schönes Holzschild für gemütliches Zuhause. Müsst ihr meistens so ein Quiz machen und dann... Quizfrage könnt ihr einfach nachgooglen. Schmeiß ich meistens Google rein und dann habe ich die Lösung. Der nächste Kalender ist der Rossmann-Kalender. Da gibt es auch meistens Sachen wie Shampoos oder sowas in der Art. Was gab es diesmal? Diesmal gab es 25 Euro Gutschein und sogar im Fernseher. NEO QLED. Was das für eine Marke ist, weiß ich jetzt nicht. Steht das da? Samsung. Da gibt es auch meistens Sachen. Teilnehmen mit Kundenkonto. Also da weiß ich jetzt nicht, ob ihr Kunde sein müsst. Ich tipp mal, ja. Müsste wahrscheinlich Kunde sein. Dann den Xbox Adventskalender. Diesmal gab es Atomic Heart. Für eure Xbox Konsole. Also ich tipp mal wahrscheinlich als Disk-Version. Gibt es auch immer ganz coole Preise dann. Das nächste ist Momoga. Momoga heißt das glaube ich, oder? Da ist der ein bisschen tricky. Da gibt es keine 24 Türchen. Denn je nachdem, könnt ihr eine gewisse Zahl immer da mitmachen. Da gibt es zum Beispiel solche Bürostüle zu gewinnen. Mit gewisse Zeit meine ich immer. Oh, ich klicke mal auf den PS5 drauf. Da steht dann meistens da. Dieser Preis gibt es ab dem 14.12. Also da gibt es keine richtigen Türchen. Da gibt es eine gewisse, wie soll ich sagen, Mitmachzahl hier. 14. bis 21. Und da könnt ihr halt teilnehmen dann. Aber eigentlich auch ganz cool. Packe ich euch alles in die Beschreibung dann. Der nächste Adventskalender, den ich habe, ist der DM-Adventskalender. Da sind auch meistens solche, hier sieht man es ganz gut, Handy, Schminke, so Bio-Produkte, Somat. Also da gibt es halt auch alles mögliche. Heute beim ersten Türchen war zum Beispiel, was war drin? Heute erwartet dich Braun. Zum braunen Rasierer zum Beispiel hier. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ihr der Mitglied sein müsst. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich, weil ich angemeldet bin als Mitglied. Müsst ihr jetzt selber schauen. Aber das ist halt ganz cool immer mit diesem digitalen Adventskalender. Das mache ich eigentlich jedes Jahr. Und beim letztischen Adventskalender habe ich es sogar auch schon mal gewonnen. So, eigentlich nicht schlecht. So. Ich weiß, das war diesmal ein bisschen kürzer. Aber ich wollte euch das möglichst mitteilen. Nichts, da habt ihr schon mal die Chance, die ganzen Türchen zu öffnen. Und ich wünsche euch auch viel Glück. Auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr ja Glück. Das wäre klasse, wenn ihr da irgendwas gewinnen würdet oder so. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wegen dem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch andere Adventskalender auch kennt, dann rein in die Kommentare. Also dann, danke und viel Glück euch. Ciao.